Die besten NHL-Tipps von X-Bet-Tipps Mit bislang 37 Einheiten im Januar Ein Monat kostenlos in der Gruppe 3X-Bet auf Facebook mit der Anmeldung über V-Bet Hi, ich bin Radek Wegers von X-Bet-Tipps Ich habe heute zwei Tipps aus meiner NHL-Gruppe 3X-Bet für euch Außerdem ist Feri mit am Start mit drei Over-Under-Bets Liked und abonniert den Kanal, wenn ihr in Zukunft mehr davon wollt Nashville ist allgemein auswärts schwach und hat in der vergangenen Nacht bereits gespielt Musste in Chicago in die Overtime Gewand zwar mit 4 zu 3, aber Chicago ist wirklich keine Hausnummer Columbus hingegen schon Und deswegen setze ich auf die Blue Jackets die Quote mit 1,9 Zucker Zwei Teams mit einem Lauf, die Vegas Knights gegen die Sharks Allerdings ist Vegas zu Hause stärker als die Sharks auswärts Und mein System gibt eine Quote von 1,7 vor Mit der Quote von 1,8 macht man also noch Gewinn auf lange Sicht Tipp Nummer 1, Columbus Blue Jackets gegen die Beispiel Predators Über 5,5 Tore im gesamten Spiel Tipp Nummer 2, Las Vegas gegen San Jose Sharks Tipp über 6 Tore im gesamten Spiel Und als allerletztes habe ich das New Yorker Derby mir ausgesucht Wo ich behaupte, dass im ersten Drittel über 1,5 Tore fallen werden Auf der Webseite xbet.tips könnt ihr euch für unsere kostenlosen Wetttipps per E-Mail anmelden Quasi ein Sportwettencoaching kostenlos per E-Mail Für was andere 1000 Euro im Jahr verlangen würden